Ich bitte dem Angeklagten, eine Frage stellen zu dürfen. Warum haben Sie Ihrer Frau nicht gesagt, dass Sie Ihr Spiel mit dem Selbstmord durchschaut haben? Weil ich mich für Sie geschämt habe. Sie tat mir leid. Sie tat Ihnen leid? Mitleid ist ein sehr schönes Gefühl, Angeklagte. Nein, es ist ein grauenhaftes, ein fürchterliches Gefühl, wenn ein Mensch uns nur noch leid tut. Das ist der Tod, der Liebe. Der Tod der Liebe, sehr aufschlussreich. Danke. Ich beantrage die Vernehmung der Zeugin Uhl. Die Liebesbriefe, die Sie dem Angeklagten geschrieben haben, liegen dem Gericht in Fotokopien vor und werden notfalls verlesen werden, wenn Sie weiterhin darauf bestehen, dass Ihr Verhältnis mit dem Angeklagten nur das Übliche war. Sie behaupten also, dass der Angeklagte sich ihretwegen nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte? Er hat mich doch ihretwegen entlassen. Und ein Verhältnis mit Ihnen angefangen. Nennen Sie es auch üblich, dass Männer Ehebruch begehen und nicht an Scheidung denken? Ja. Und Sie, Sie haben nicht von ihm verlangt, dass er sich scheiden lässt? Nein. Warum nicht? Weil, weil Liebe nichts verlangt. Aha, es war also doch Liebe. Nein. Bleiben Sie doch bei der Wahrheit. Sie haben es doch eben selbst gesagt, dass es Liebe war. Ja, aber von meiner Seite aus, ich habe ihn geliebt. Und er Sie nicht? Nein. Wann begann dieses unübliche Verhältnis? Bereits im Büro? Nein, erst nach meiner Entlassung. Und da kam er in Ihre Wohnung. Ist Ihnen dieser Ausweg eben erst eingefallen, Angeklagter? Nein, das ist die Wahrheit. Sie leidet unter Verspätung. Warum haben Sie sie denn nicht früher gesagt? Weil es mir wie ein Strick um den Hals lag. Und es Wahrheiten gibt, vor denen man seine Augen verschließt. Welche Wahrheit? Die Wahrheit, dass man nie ganz schuldlos ist. Genügt es denn nicht, dass ich ihr die tödliche Dosis hingelegt habe? Nein, das gelügt nicht. Nun machen Sie doch schon endlich den letzten Schritt. Sie waren der Wahrheit doch schon ganz nahe, als Sie sagten, da nahm ich die zwölf Tabletten. Was wollten Sie denn sagen, als die Zeugin Uhl Sie mit ihrem entsetzten Nein von der Wahrheit zurückzureißen versuchte, die Sie also kennen? Das ist nicht wahr! Orland Uhl! Nun sagen Sie es doch schon endlich. Da nahm ich die zwölf Tabletten und schüttete ihr die tödliche Dosis ins Glas. Nein! Nein! Nein!